Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir und in diesem Video geht's mal wieder um die neuen Sachen in Fortnite. Ja, der Epic Games Mitarbeiter, der keinen Bock mehr auf sein Leben hatte, hat ja die ganzen Sachen aus Fortnite geleakt und das Ganze ist natürlich gut für uns YouTuber oder Leaker, sag ich mal. Wir können alles besser und schneller und einfacher vorhersehen und hochladen. Aber, ja, Epic Games hat sich wahrscheinlich nicht so gefreut, derjenige hat nämlich auch geleakt, was wir heute in den Items-Shop wieder bekommen werden und zwar ein neues Paket oder zumindest ein neues altes Paket und das zeige ich euch jetzt. Lasst jetzt schon mal ein Like, dann natürlich auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator-Code Meta-8 im Gegensatz-Shop eingeben. Heute um 18 Uhr werde ich auf Twitch live sein, also Meta-Loco, schaut da definitiv vorbei und kommt mit rein. Aber, wir gucken jetzt einfach mal in den Shop rein und wir sehen ja hier schon rechts gemütlicher Beißer, haben wir dann Glide High und so weiter, die Marvel-Reihe mit dem Captain America Skin noch, muss ich mir heute noch holen, bevor ich das vergesse und so weiter. Also, wir haben sehr, sehr viele Sachen wieder in den Shop bekommen. Das Wichtigste aber und das Interessanteste ist ganz links und zwar das Fortnite-Aufstieg der Schatten-Paket. Ja, das Paket haben wir heute wieder bekommen und zwar mit dem Outfit Schatten-Schädeline, krasser Rucksack als Rücken-Accessoire und ja, dann Schatten-Vogel-Skin und Schatten-Vogel-Schwingen als Rücken-Accessoire, dann nochmal das perfekte Schatten als Skin und perfekter Flügel als Rücken-Accessoire und so weiter. Also, wir haben hier wieder sehr, sehr coole Sachen bekommen, Schatten-Schädeline, Schatten-Vogel, dann perfekter Schatten, krasser Rucksack, Schatten-Vogel-Schwingen, dann nochmal perfekter Flügel und Quadratmuster. Sehr nice, gefällt mir sehr gut und für diejenigen, die sich das natürlich auch für 20 Euro kaufen möchten, vergesst natürlich nicht, meinen Creator-Code Meta-8 im Gegenstandjob einzugeben. Ja, ich habe dieses Bundle noch nicht geholt, ich überlege noch, ob ich mir das hole, ich bin jetzt nicht so ein Fan davon, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht warum, aber es ist jetzt nicht so meins. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare, Leute, werdet ihr euch das holen oder habt ihr es vielleicht sogar schon? Interessiert mich auf jeden Fall ab damit unten in die Kommentare. Wenn ihr noch Xbox oder PSN-Karten braucht, habe ich euch Xbox und PSN-Karten verlinkt in der Videobeschreibung, könnt ihr natürlich vorbeischauen und bis zu 5 Euro sparen und mich unterstützen. Wir sehen uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.